Seid gegrüßt Gaming Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Origins. Hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming Freunde und zwar sind wir hier im Fayum und wir gehen hier auf das Sternkreis Tavirette zu. Papa, denkst du ich werde viele Kinder haben? Hoffentlich schenkst du deiner Mutter und mir viele Enkelkinder. Dann muss ich mir wo eine Frau suchen. Du bist jung mein Sohn. Es gibt keinen Grund zur Eile. Ich werde mich nicht hetzen, aber was ist wenn ich es schon weiß? Du musst erst lernen ein Magi zu sein. Oh Tavirette, das Nilpferd das auf zwei Beinen läuft. Die Herren des Geburtshauses. Sie ist die Göttin der Fruchtbarkeit und der Geburt. Als Geliebte des Horizonts bringt sie die alljährliche Flut des Arr. Okay. ... ... ... ... Das war's für heute. Und das war das auch schon für diesen Steinkreis.